Wenn du Bewerbungen schreibst auf einem Computer, wo schreibst du denn die? Du musst das sowieso mit mir machen, ich habe noch nicht eine Bewerbung geschrieben. Ich habe jetzt ein Scherz. Nein. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday lieber Daniel, Happy Birthday to you. Das ist Familie, schaut euch das an. Jawohl, die Steigerung ist kickig. Insgesamt habe ich fast 3.000 Euro an Schulden. Du bist vom Arbeitsamt wieder heimgegangen, habe ich gehört, ohne dass du drinnen warst. Alle fachlichen Voraussetzungen hast du nicht. Abschluss 9. Schuljahr hast du nicht. Jetzt hast du es wirklich bewiesen, du bist das dümmste Kind, was es auf dieser Welt gibt. Wirklich. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Wird das nicht fertig werden? Nö. Irgendwann schon, aber... Ich habe so viel Zeit und kein Leben.